Herr Dr. Bischof Betzing, im Namen der polnischen Bischofskonferenz nehmen Sie bitte die besten Glückwünsche zu Ihrer Wahl zum Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz entgegen. Ich versichere Ihnen mein Gebet für Ihren Dienst an der Kirche in Deutschland. Ich hoffe auf weitere gute Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen unserem Episkopaten in Zeiten, die viele pastorale Herausforderungen darstellen. Indem ich Ihnen gottesreiche Segen wünsche, genehmigen Sie Exzellenz den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.